Servus, grüßeng bei ARIA47TV, ich bin der Chris und hauseng ganz recht herzlich willkommen bei unserem Pre-Opening in Riverhouse. Grandmas Chocolat spielt heute live und laut auf, endlich geht's los bei uns, hat lange gedauert, aber jetzt seien wir soweit. Kamikaze-Rutsche haben wir auch das erste Mal endlich umgefahren, Bier ist gerichtet, Red Bull gibt's auch in rauen Mengen, lasst uns feiern und wenn's heut nicht ausgeht, morgen nochmal und ab nächster Woche, sieben Tage die Woche live und laut im Riverhouse in der ARIA47, kommt's? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020